Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan aus den Gisbühl. Heute mal ein etwas anderes Video, denn ich möchte heute mal eine kleine Shoppingtour mit euch machen. Ihr wisst ja, der Christkindlesmarkt ist leider in ganz Bayern, die Christkindlesmärkte oder Weihnachtsmärkte sind in ganz Bayern abgesagt, leider Gottes. Aber nichtsdestotrotz, wir werden unsere Adventssamstage so ein bisschen durchführen, im erlaubten Bereich natürlich. Und werden natürlich auch in Dingelsbühl empfehlen, Dingelsbühl anzugucken, weil da trotzdem, glaube ich, zwei, drei Buden stehen und es ist trotzdem ein bisschen kuschelig. Also lasst euch deswegen nicht aufhalten, da ist immer so ein bisschen was geboten. Aber ich möchte mit euch eben eine kleine Shoppingtour machen durch unseren Laden, weil da haben wir nämlich einiges Neues. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was auch in unserem Online-Shop alles neu zu erhalten ist. Und dafür nehme ich euch mal auf die Hand und wir laufen mal eine Runde durch unseren Laden. So, hier sind wir schon bei dem ersten Thema und das möchte ich euch mal in Ruhe zeigen, diese Hoodies, weil ich finde die wirklich, wirklich gelungen. Und wir haben da jede Menge da in unserem Shop, auch im Online-Shop sind die bereits hinterlegt und sind wirklich flauschig. Also die sind richtig flauschig, lassen sich wirklich wunderschön tragen. Hohe Qualität, wir haben da extra drauf geschaut, damit die auch wirklich was taugen. Die haben wir in drei Farben und zwei Designs. Also wir haben einmal hier mit MIGA Caravan Sins 2020 und auf der Rückseite haben wir unser Logo, sprich das Wohnmobil mit dem kleinen Hund. Und das finde ich richtig schön. Dann haben wir hier auf dem Ärmel noch natürlich MIGA Caravan stehen. Also echt ein richtig tolles, ja, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Sweatshirt, ist aber ja ein Hoodie. Und dann haben wir noch das zweite Design. Dazu gehen wir mal zu dieser Puppe. Das schaut dann so aus. Ein bisschen dezenter, aber auch sehr schön. Hier haben wir MIGA Caravan als kleines Logo. Auf dem Ärmel haben wir es ganz klein, aber dafür haben wir es am Rücken etwas größer. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Auch gut gelungen. Und jetzt gehen wir mal zu den Farben. Da rutschen wir wieder in unser Regal durch. Da seht ihr, dass wir alle möglichen Farben davon da haben. Also wirklich in Grün, in Schwarz und auch in Grau. Auch in Schwarz ist es sehr, sehr schön. Kommt richtig gut raus. Gefällt mir auch richtig gut. Auch die ganzen Größen sind vorhanden. Von S über X, L, L, M. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich in Klamotten nicht ganz so gut aus. Aber ihr seht, hier steht ein Schwung. Also es ist genügend da. Wenn Interesse ist, ruhig anrufen oder direkt bei uns einfach im Online-Shop bestellen. Ist überhaupt kein Thema. Da sind die alle hinterlegt und da kann man die auch dementsprechend finden. Unsere süßen Schäfchen. Die finde ich ja besonders putzig. Das sind unsere Nackenkissen oder Degokissen, Nackenkissen. Mega bequem. Habe auch von Kunden schon ganz süße Bilder bekommen. Ganz lieben Dank auch dafür, wie die ihr Bett dekorieren oder halt die Nette oder wie auch immer. Also ganz toll, dieses kleine Schäfchen in verschiedenen Farben zu haben. Und was natürlich hinter dem Schäfchen steckt, habe ich schon mal kurz angedeutet. Und da gehen wir jetzt mal ganz schnell zu unserem Tournee. Das sind unsere Sitzbezüge. Die Schäfchen sind im Online-Shop. Die Sitzbezüge sind nicht im Online-Shop. Ich kann euch auch erklären, warum. Das Problem ist bei den Sitzbezügen, wir kriegen das im Online-Shop nicht hinterlegt, weil wir immer wissen müssen, welches Fahrzeug ist es, wie hoch ist die Lehne. Und dann können wir das entsprechend zuordnen zu dem richtigen Sitz, damit die auch wirklich bei euch passen. Im Set enthalten sind immer zwei solche Sitzbezüge und für jeweils den Sitz dann die Armbezüge, damit die Bezüge für die Armauflage, damit es dann auch wirklich alles zusammenpasst. Aber dazu müsst ihr wirklich anrufen oder uns eine kleine E-Mail schreiben, wo dann drinsteht, welches Fahrzeug habt ihr. Und am allerbesten ist es gleich, das erspart viele Rückfragen, wenn man von der Sitzfläche einmal nach oben misst bis hierher und uns dazu sagt, welches Fahrzeug das ist. Und dann können wir auch hier die natürlich versenden, die Sitzbezüge, machen wir natürlich, überhaupt kein Problem. Nur wir müssen es halt vorher mit euch abstimmen, damit ihr auch wirklich die richtigen bekommt. Ultra bequem, ich kann es nur sagen, also ich habe noch nichts Schöneres beim Autofahren gehabt, beim Sitzen. Und gerade jetzt ist es mega flauschig, echte Schafswolle. Hier haben wir die ganzen Farben, wo es gibt. Es sind insgesamt fünf Farbgebungen. Schwarz, Braun, Grau, Beige und etwas heller Beige, wie man das nennen möchte. Ganz, ganz tolle Farben. Ich selbst habe am Anfang zu meiner Frau gesagt, ach, was tust du jetzt da wieder ins Auto schleppen? Weil ich habe für teures Geld meine Sitze erst beziehen lassen. Und die schauen dann, ansonsten haben die wirklich schön ausgeschaut, zum ganzen Interieur eigentlich gepasst. Und dann hat meine Frau solche Sitzbezüge drüber gemacht. Und am Anfang war mir das gar nicht so recht. Aber wie wir dann ins Ahrtal gefahren sind und ich echt vier Stunden auf der Hinfahrt und vier Stunden auf der Rückfahrt da drauf gesessen bin, boah, habe ich gesagt, du bist ein Engel. Was Besseres hast du nicht tun können, weil von der Bequemlichkeit her sind die so geil. Schuld ich Ihnen den Ausdruck. Also echt der Hammer, weil die einen richtig aufnehmen. Der Rücken ist schön klimatisiert. Im Sommer schwitzt man nicht, im Winter friert man nicht, ist schön warm. Da brauche ich ja gar keine Sitzheizung mehr. Also echt top. Ganz tolles Produkt. Wenn Interesse besteht, dann einfach kurz bei uns anläuten bzw. durchfunken. Überhaupt kein Thema. Kurze E-Mail und schon geht's los. Ja, hier haben wir noch unsere Troika-Produkte. Die allerdings sind im Online-Shop vorhanden. Da gibt's ganz schöne Dinge, nützliche Dinge. Das sind einfach mal so Schlüsselanhänger in den verschiedensten Formen mit gebräuchlichen Sache jetzt einfach mal Mini-Werkzeug. Echter tolle Geschichte. Dann hier ein Multifunktions-Werkzeug. Hier haben wir Schlüssel- oder Ausleseschutztasche. Taschenlampen sind dabei. So kleine Arbeitslichter. Was haben wir hier? Das sind so kleine Lampen, wo man sich an die Jacke hin macht. Hier haben wir noch so Auslesesichere Etuis. Also die sind wirklich zum Kartenauslesen und so weiter echt top. Habe ich mir selber eine genommen. Finde ich mega, mega cool, das Ding. Also ich liebse. Ich möchte eigentlich nicht mehr missen. Habe da meine ganzen Karten drin und so weiter. Tolle Geschichte. Und dann haben wir natürlich hier noch auf der anderen Seite. Hier so tolle Schreibmäppchen, Stifte dementsprechend. Also wirklich, wirklich tolle Sachen. Ladekabel, Rucksack, wo man klein machen kann. Also man kann nur sagen, hier ein kleines Waschtäschchen. Und die finde ich sehr interessant. Klein, schnuckelig, mit Haken zum Hinhängen. Echt mega. Und das Thema findet ihr alles in unserem Online-Shop. Wo ihr ohne Probleme bestellen könnt. Dann haben wir hier noch unsere kleine Bücherei. Auch diese Bücher findet ihr im Online-Shop. Müssten eigentlich alle drin sein. Ich muss da nochmal meine Kollegin fragen, ob da schon alles wirklich eingegeben ist. Aber ich glaube ja. Und auch hier ist natürlich für jeden was dabei. Ganz tolle Bücher. Sehr interessante Bücher. Also muss ich wirklich sagen. Wochenend und Wohnmobil ist ein ganz tolles Buch. Oder 101 Dinge im Camper. Also da sind ganz viele Tipps dabei. Und ganz viele Sachen, wo man wirklich gut gebrauchen kann. Und wo man richtig gut Urlaub machen kann. Schweden mit dem Wohnmobil. Sehr zu empfehlen. Mag ich unwahrscheinlich. Also Wohnmobil-Highlights in Europa. Auch ein ganz tolles Buch. Also wenn da Bedarf ist, als Weihnachtsgeschenk oder wie auch immer. Überhaupt kein Thema. Einfach bei uns kurz auf die Homepage gehen. Falls irgendwas jetzt ihr nicht finden solltet, was hier liegt. Auch kein Problem. Dann einfach eine kurze E-Mail schreiben. Dann werden wir das natürlich aufdecken. Genauso sind etliche Kinderbücher, Malbücher drin und so weiter. Wie die ganzen Kuscheltierchen, was hier alles so rumliegen. Auch die sind da. So als Geschenkidee. Auch das ist in unserem Online-Shop überall vertreten. und natürlich in ausreichender Menge vorhanden. Sodass da für jeden was zu versenden wäre, wenn Bedarf ist. Überhaupt kein Thema. So und jetzt komme ich hier nochmal zu unseren Highspeed-Roller. Elektro-Roller. Die allerdings nicht zu versenden sind, weil die sind verdammt schwer. Also das geht leider nicht. Den müsste man mit einer Spedition versenden. Das kostet einen Haufen Geld. Aber wir haben nur welche hier. Falls da noch Interesse besteht, ich habe noch vier Stück auf Lager. Überhaupt kein Problem. Ich habe nur zwei große, zwei kleine. Wenn da Interesse besteht, noch als Weihnachtsgeschenk oder sich selbst was Schönes anzutun für Weihnachten, für die kommende Saison, kann ich nur jeden wärmstens empfehlen. Die Drive-Man-Roller. Ganz tolle Geschichte. Und einfach eine kurze E-Mail schreiben, was gewünscht ist. Und dann lasse ich euch das entsprechende zukommen. Preis und so weiter. Der große liegt bei, ich müsste jetzt genau nachschauen, ich glaube 12,49. Und der kleine liegt bei 9,49. Also, wenn da Interesse ist, durchaus einfach anrufen. Und dann geht es schon los. Ja, das war jetzt eine kleine Shopping-Tour durch unseren Online-Shop, beziehungsweise reellen Shop. Was aber auch online alles zur Verfügung steht. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte euch nur die Gelegenheit geben, wenn ihr nicht wegkommt, da ja jetzt die Maßnahmen alle wieder härter waren. Oder ihr wollt auch gar nicht weg, weil ihr euch der Menschenmassen nicht antun wollt. Sucht nur ein kleines Geschenk. Und es ist was dabei für euch. Dann einfach mal kurz in unserem Online-Shop teasern. Wir schicken das zu euch nach Haus. Was auch möglich ist, wir senden auch oder versenden euch auch Gutscheine. Das geht genauso. Da einfach nur eine kurze E-Mail machen. Ihr wollt einen Gutschein per Post haben, über Paypal können wir die Zahlungsmoral abwickeln. Und dann können wir euch auch Gutscheine zuschicken, die dann im Shop oder wie auch immer eingelöst werden können. Natürlich auch für die Werkstatt, wenn da ein Umbau ansteht oder Sonstiges. Auch dafür kann man einen Gutschein einlösen. Überhaupt kein Problem. Bezahlte Gutscheine halten auch ein Leben lang. Also die sind nicht zeitlich begrenzt. Auch das ist möglich. Die haben keine Zeitfrist. So Scharlatans-Methoden, nur sechs Monate gültig, machen wir nicht. Also das ist ein bezahlter Gutschein. Und der hat natürlich eine Gültigkeit für die ganze Zeit. Ja, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben. Euch mal anteasern, was möglich ist. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und schreibt ruhig in die Kommentare, falls euch noch was fehlt oder noch eine andere Idee da ist. Was man anders machen kann oder was ihr euch noch wünschen würdet. Ansonsten über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer tierisch. Das ist so ein bisschen, haben wir wieder einigermaßen gut gemacht. Und natürlich freue ich mich auch riesig über ein Abo. Auch das ist schon ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für mich. Es ist unheimlich schön zu wissen, dass das, was wir hier tun, auch für euch interessant ist und ihr auch daran ein reges Interesse habt. Und vor allen Dingen, ihr verpasst dann auch aufregende Technik-Videos nicht, wie vielleicht das eine oder andere Tournee-Video oder eben Shop-Video, was alles so auf unserem Kanal eben passiert. In diesem Sinn, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ganz wichtig in den heutigen Zeiten und bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.